Guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum aktuellsten Apex Legends Guide. Heute geht es um Lifeline. Lifeline hat, so wie die anderen Legenden, auch drei Fähigkeiten. Einmal eine passive, eine taktische und eine ulti. Lifeline ist aber etwas ganz besonderes, denn alleine ihre passive Fähigkeit besteht aus drei Dingen, die sie für euch erledigt. Lifeline kann Teammates viel schneller regenerieren, als es andere Legenden können. Und gerade bei einem Spiel wie Apex ist es essentiell, dass ihr eure Teammates so schnell wie möglich wieder zurück in den Kampf habt. Der zweite Teil der passiven Fähigkeit ist ein kleiner Schild, der sich für euch aufbaut, wenn ihr jemanden regeneriert. Dieser Schild ist jetzt nicht riesig und hält auch nicht ewig, aber er reicht auf jeden Fall, um jemanden zu regenerieren. Denn ihr könnt ja auch, wie ich eben erwähnt habe, viel schneller Leute aufheben, als es andere können. Der dritte Teil der passiven Fähigkeit ist, dass ihr alle Heal-Items 25% schneller benutzt. Wenn ihr euch also ein Medikit reinpfeift, dann geht das viel schneller als bei anderen. Diese drei Boni gelten jetzt nur für die passive Fähigkeit. Die zweite Fähigkeit ist eure taktische Fähigkeit und die besteht aus einem Heilroboter. Und dieser Roboter ist ein Lebensretter in verschiedensten Lagen. Gleichzeitig ist diese Fähigkeit leider die Fähigkeit, die so gut wie nie benutzt wird, wenn ich mit irgendwelchen Randoms spiele. Mein Mate ist angefragt, ich bin angefragt und der Spieler, der Lifeline-Spieler ist auch angefragt. Was macht er? Er drückt sich irgendwelche Medi-Packs rein und lässt uns einfach verrecken. Das Coole an dem Roboter ist, dass ihr alles Mögliche nach wie vor machen könnt, während ihr geheilt werdet. Das heißt, ihr könnt währenddessen schießen, hin und her laufen. Ihr müsst nur in einem gewissen Radius bleiben, dass der Roboter an euch drankommt. Er hat solche Tentakelarme, mit denen er euch dann anpackt und heilt. Und wenn ihr zu weit weg lauft, dann geht das nicht mehr. Aber wenn ihr nah genug dranbleibt, dann könnt ihr einfach weiter im Kampf bleiben. Das heißt, wenn ihr ihn um eine Ecke platziert oder euch zum Beispiel irgendwo hinten dran versteckt und ihr den neben euch legt oder eure Mate neben sich legt, dann wird der Kollege die ganze Zeit geheilt, während er ballert. Diesen Roboter sollte man so oft wie möglich benutzen. Natürlich kann er euch auf einem komplett offenen Feld, wo ihr vielleicht gerade von drei Teams beschossen werdet, nicht allzu viel helfen. Aber dennoch macht er einen riesen Unterschied. Ihr kämpft und habt ihn nicht an, ihr sterbt. Ihr kämpft und habt ihn an und werdet durchgehend geheilt. Die Heilungskraft des Roboters ist auch stärker als die zerstörerische Kraft der ersten Zone. Somit könnt ihr einfach in die Zone hineinlaufen, Damage bekommen, den Roboter neben euch legen und euch wieder aufheilen. Ihr könnt in der Zone also noch ein bisschen rumlooten und müsst euch keine großartigen Gedanken über euren Lebenszustand machen. Der Roboter kann sich nicht von alleine bewegen. Er schwebt zwar und man kann ihn auch so ein bisschen rumkicken, aber er bleibt sonst auf der Stelle stehen, wenn man ihn jetzt nicht gerade bewegt. Ich sage hier nochmal ganz eindringlich, wenn ihr Lifeline benutzt, dann nutzt ihr auch richtig. Das heißt, ihr müsst eure Mates so schnell es geht, wenn die Möglichkeit besteht, aufheben. Und mit der passiven Fähigkeit könnt ihr das sogar im Kampf machen, wenn ihr jetzt nicht gerade von vorne und hinten beschossen werdet. Und benutzt diesen Roboter. Guckt immer wieder nach dem Leben eurer Mates, denn ihr seid der Medic. Ihr solltet immer mal wieder, vor allem nach einem Kampf, einfach auf die Lebensanzeige der Mates gucken. Ihr habt es ja sofort in einem Blick. Ganz wichtig ist noch, dass der Roboter ausschließlich live heilt und nicht schielt. Somit ist es optimal, dass wenn ihr nach einem Kampf gerade im Roboterheilkreis steht, euch am besten dann selbst Schildtränke reinpfeift. Die dritte Fähigkeit, und zwar die Ulti von Lifeline, ist ein Care-Package, das ihr rufen könnt. Mit diesem Care-Paket kommen drei Dinge für euch aus dem Himmel geflogen. Diese drei Dinge haben immer irgendwas mit der Verteidigung zu tun. Also ihr bekommt da keine Waffen. Es gibt zwar auch die Care-Pakete des Spiels, da können Waffen drin sein, aber in dem, was Lifeline rufen kann, sind ausschließlich Dinge für die Verteidigung am Stahl. Also das heißt, ein Schildteil, oftmals sind es Lebens- oder Schildtränke und dann noch irgendwas für eine Waffe, für zum Draufschrauben. Aber diese Waffen, die man ab und an in Care-Packages findet, sind da nicht enthalten, sondern in den spieleigenen. Diese Ulti verliert im Laufe des Spiels immer mehr an Bedeutung. Am Anfang ist es extrem wichtig. Man kommt so sehr schnell an Heilungstränke und eben an Schildteile dran. Auch diese Waffenaufsätze sind immer nice, gerade am Anfang. Je weiter man im Spiel kommt, desto besser wird man auch ausgerüstet sein, weil man die ganzen Schildteile der Gegner looten kann und so weiter und so fort. Das heißt, gegen Ende ist dieser Drop so gut wie unnötig. Vor allem, wenn ihr bedenkt, dass dieser Drop auch sichtbar für alle anderen Spieler ist. In einer kleinen Zone kann dieser Drop also sehr leicht eure Position verraten. Natürlich kann man sich daraus auch einen Vorteil verschaffen, indem man den Drop anfordert und dann eben baitet. Man wartet, versteckt um den Drop herum, bis ein Feind kommt und guckt, was da Sache ist und sich vielleicht was abzwacken möchte und dann gibt man ihm. Das sind die Fähigkeiten von Lifeline. Wie er sie spielt, also welche Waffen für sie am besten sind, ist an sich eigentlich wurscht. Man kann mit ihr alles spielen. Man sollte sich nur nie so arg weit von den Mates entfernen, denn man ist einfach der Heiler. Das bedeutet, wenn du Lifeline bist, bist du derjenige, der das Team am Leben halten muss. Und du heilst die Leute, du hebst die Leute auf und so weiter und so fort. Falls heute kein weiteres Video mehr kommen sollte, sage ich euch hier direkt, es ist heute Abend wieder Livestream. Um 18 Uhr geht's los. Wir werden mit Counter-Strike starten und dann mit Apex fortführen. Der Link und die sonstigen Streamzeiten stehen in der Videobeschreibung. Und ich werde es auch nochmal im angepinnten Kommentar ver...verdingsen. Ihr wisst schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tsch 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 tsch.